Du bist etwas anders als die anderen Kinder, hm? Nie hat uns jemand sagen können, was mit ihm ist. Noah! Wann hat Noah aufgehört zu sprechen? Das war im Winter vor vier Jahren. Noah? Kommst du bitte einmal kurz nach vorne zu mir? Hast du Probleme mit dem Stoff in der Schule? Das ist echt schwer, jemandem eine mündliche Mitarbeitsnote zu geben, wenn er nicht spricht. Karolin! Wie soll er das Gymnasium denn packen, wenn... Deshalb lehrt er ja wieder sprechen. Und glaubst du nicht, dass er genug Ärzte gesehen hat die letzten vier Jahre? Hast du schon mal vom Internataufschluss Lieblich gehört? Das ist eine ganz besondere Schule für Kinder wie dich. Noah muss gehen. Du, wenn ich sprechen kann, das ist doch nichts Schlimmes. Ich will, dass es ihm gut geht. Und wir machen alles schlimmer. Das Jugendamt war hier, wir haben nichts festgestellt. Darum geht's überhaupt nicht, wir sind komplett überfreundet. Versuch's doch einfach mal. Stopp, ich spreche dich also. Wir sehen uns am nächsten Mal.